Ja, wir unterhalten uns gerade weiter über Human Revolution und wie gut das Ding jedoch ist und wie schlecht die Vorgänger waren, beziehungsweise wie schlecht eins gealtert ist. Deus Ex 1 war halt auch echt gut, aber ist halt sehr schlecht gealtert. Ich muss halt auch sagen, dass der Plus mit dem ganzen Conspiracy Theory Ding, ja, und dann sind natürlich auch noch die Illuminaten dabei und so, ja. Das wirkt halt heute alles so ein bisschen... Ja, ja, es ist halt, wie gesagt, es ist schlecht gealtert, aber wirklich alles. Aber man muss halt eben dazu sagen, dass das halt eben Ende der 90er war, also generell das ganze Illuminaten-Thema und Verschwörungstheorien und zwar, das war halt eben noch so gut wie gar nicht erforscht ein Narrativ, wo man erst recht nicht in dem Videospiel-Narrativ kommt. Das wird nicht in dem Ausmaß. Ja, deswegen, das war halt eben damals absolut bahnbrechend und das zu Recht. Das ist halt heutzutage, es ist halt dieses klassische Seinfeld ist nicht lustig Ding, dass halt eben einige Sachen einfach so bahnbrechend waren, dass die Serien-Elemente so dermaßen adaptiert wurden von Nachfolgern, dass das, was die Sachen damit so bahnbrechend gemacht hat, heutzutage gar nicht mehr so wirkt, weil sie zwischen alle so machen. Zum Beispiel eine Serie, die auch sehr, 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 sehr runterleitet, ist The Sopranos, weil das quasi wirklich dieses sozusagen wirklich groß angelegte, mit mehreren längeren Story-Arcs, Drama, Primetime-Serien-Konzept halt eben als Erster ausprobiert hat und tatsächlich halt eben erfolgreich gemacht hat. Ja. An dieser Stelle bin ich ein paar Mal gestorben. Also in diesem Teil, ja. Ja, das ist auch nicht ganz einfach, gerade mit den ganzen Flagler. Ja, das ist halt dadurch, dass es später auch von allen Seiten weiter kommt. Du hast halt kaum Deckung. Der erste Teil ist halt leicht, das sollte man eigentlich... Das stimmt, ja. Dass ich das denn bekommen habe, war schon... Ich bin da aber auch ein paar Mal verreckt. Also es ist halt eben, dass man ein schlecht Cover nehmen kann halt tatsächlich. Ja, es gibt ja halt nicht viel. Ja, genau. Wo man halt eben durchaus von, äh, leicht, dass es relativ offen ist, von vielen, mehreren Seiten unter Beschuss genommen wird. Ja. Und insbesondere halt eben, wenn man nicht, äh, mal aufpasst und den Überblick verliert, äh, dass es schnell ein bisschen fettisch werden kann. Ja, und genau. Äh, was wir noch sagen wollten, New World Revolution ist halt einfach mit Abstand der besten Teil bisher. Das ist einfach nur brillant. Muss halt eben auch trotzdem einige regen sich halt eben auch darüber auf, dass es das so gestreamt hat. Ich würde sagen, es stört mich gar nicht so, weil auch bei Deus Ex 1, äh, äh, die Hälfte von meinen ganzen Fähigkeiten und Skilltree ist einfach nutzlos, ja. Ja, das ist halt immer gewesen. Du kannst damit Sachen machen, mit vielen Sachen kannst du auch alternative Wege freischalten, was ich sehr cool finde. Ähm, aber viele Sachen sind halt nutzlos oder es gibt einfach bester Wagen. Und dann ist halt auch die Sache, dass, ähm, die Leute so ein bisschen auch da wieder ihre Nostalgiebrille zu sehr aufhaben und sich nicht wirklich an das Spiel komplett erinnern, sondern so an die ersten zwei Stunden, an den wirklich grandiosen ersten Level, in denen man wirklich sehr schön die Freiheiten, äh, Ja, ja, und das wird später doch immer linearer. Ja. Und das, es fühlte sich, finde ich, bei Human Revolution zumindest nicht so an. Es war natürlich auch, aber es fühlte sich nicht an. Human Revolution war im Großen und Ganzen von den Auswahlmöglichkeiten immer ein bisschen linearer, aber das Schöne, was ich fand bei Human Revolution ist, dass man, ähm, sozusagen dadurch, dass man konstant für Kleinigkeiten auch Experience bekommen hat, ja. Und halt eben dafür belohnt wurde, einfach auch vielleicht alles auszuprobieren. Nicht nur ein Weg, ja, nicht nur sich durchzuschleichen, oder, oh ja. Oh man, so großartig. Regalton P. Tellinicke. Ähm. Ja, genau, ähm. Sondern halt eben stattdessen zum Beispiel, ja, okay, ich kann mich jetzt durchschleichen und dann da was hacken, aber ich kann die Leute trotzdem für ein paar Extractivitäten aber trotzdem mal ausschalten, ja. Ja. So was halt. Ja, ja, und man muss halt auch sagen, so komplett frei Neville-Design dafür ist die Hölle. Ja. Es muss alles wirklich gut überlegt sein, weil es sonst einfach nicht funktioniert. Ja, das stimmt. Deswegen, also... Und das, finde ich, haben sie sehr gut geschafft bei Human Revolution, da den Mittelweg zu finden. Ja, finde ich halt eben auch. Das Game ist halt eben, ähm, linear genug, um dich halt eben sozusagen, äh, zu überwältigen, zum Anfang insbesondere, ähm, aber es gleichzeitig gibt halt eben gleichzeitig genug Freiheit, um halt eben verschiedene Spielspiele auszuprobieren, halt eben auch zu variieren, zu wechseln, sich quasi nicht auf einen festlegen zu müssen. Was halt eben das Problem ein bisschen war auch bei Deus Ex 1, ähm, abhängig davon, welche Upgrades man gekauft hat und was man halt eben gekauft hat. Dadurch, dass man halt eben bei Human Revolution nur noch, ähm, so sozusagen Implantate kauft, so ein Praxiszeug, und keine Skills mehr hochleveln muss. Ähm. Und sozusagen ein bisschen mehr, ähm, auch, okay, ich kann auch das machen und gleichzeitig das. Ja. Und ein bisschen was von dem oder eben nur, ich speziell sehe mich jetzt auf die eine Art, auf die ein Spielart. Ja, ich bin halt viel auf Sneaking gegangen und das hat halt hervorragend funktioniert. Bei den meisten Spielen kommst du irgendwann mit sowas nicht mehr weiter. Beispiel, äh, Bloodlines, äh, Vampire Bloodlines. Ja. Am Anfang sehr cool gewesen, hat hier sehr viele Möglichkeiten, aber manche Sachen haben später einfach nicht mehr funktioniert. Ja. Weil da genau dann das Level-Design-Problem war. Ja, insbesondere halt eben in den Sewer-Stun, in den, äh, Nosferatu-Warrants, auf dem Weg dahin, äh, weil es was einfach daran hat, weil den Entwicklern die Zeit ausgegangen ist. Ja, die Zeit, beziehungsweise halt auch die Möglichkeiten, vielleicht fehlten auch die Möglichkeiten, also es ist halt Geld, Zeit, es ist halt, ja, sowas zu designen ist cool, die Leute freuen sich drüber, aber die wissen halt nicht, wie viel Arbeit das eigentlich ist. Ja, das Spiel wurde halt eben auch vom Publisher Activision, ähm, zum, zum, äh, Release Garage, und, äh, also in der Vanilla-Version sieht man das halt auch, die Vanilla-Version ist, äh, insbesondere heute, was zeige, machst du? Übel. Ist für Langeweile? Ja. Ähm, absolut nicht spielbar. Was ich auch sehr, sehr gut gemacht fand bei, äh, Human Revolution war halt eben das, ähm, das Spiel, ähm, zwar lange Zeit diese, sozusagen, Pfad relativer Freiheit beibehält, aber dann trotzdem die letzten zweieinhalb, drei Spielstunden dann komplett linear macht, weil du halt einfach an dem Punkt, ja, so, also wenn du auch nur andersweise versucht hast, das Spiel ein bisschen zu erforschen, so dermaßen Upgrade bist, dass du einfach nur Ein-Mann-Abi bist, und dich einfach durch alles problemlos, äh, durch Sneaken, Schleichen, was auch immer, kämpfen kannst, äh, und einfach das Spiel keinen Mehrwert mehr dadurch hätte, wenn man versuchen würde, da jetzt irgendwie in den letzten anderthalb Gebieten noch irgendwelche großartigen Sandbox-Elemente anzufügen einfach keinen Mehrwert mehr hätte, ja, sondern halt einfach, grad halt, weil es dann halt eben auch das Narrativ zu einer Climax kommt, ähm, immer weiter sich zuspitzt. Ja, klar, es passt da halt, es wird linear da, wo es passt, wo es linear werden muss. Richtig, genau. Sonst wär's halt wie beim MMO, wo du dann zwar der große Help bist, aber sich nichts ändert. Ja. Ähm, was ich zum Beispiel auch sehr nett fand, war am Anfang von Human Revolution, wenn man dann zu seiner ersten Mission sozusagen losgeschickt wird, und sich dann allerdings zu viel Zeit lässt, um den überhaupt ein bisschen noch rumwasselt, und dann irgendwie einen wütenden Anhoch von seinem Boss bekommt, dass sich die Lage verschlechtert, weil die Geiselnehmer die Geiseländer schossen haben. Ja, das sind ja auch coole Sachen. Oh, scheiße, das Spiel wartet nicht auf mich, die sollten mich vielleicht bewegen. Ja. Kennst du die GameStar-Folge dazu? Oh, die ist brillant, ich zeig dir die gleich nochmal. Die ist der Hammer. Also Leute, guckt euch die auf jeden Fall an, wenn ihr die Möglichkeit habt. Die ist der Kracher. Also GameStar-Redaktion, Human Revolution, oder Deus Exeter, wie auch immer es heißt. Weil die generell ein paar sehr coole Sachen gemacht haben. Auch das zu Risen, kennst du das? Zu Risen, von denen? Alter, du hast so viel verpasst. Also auch das Ding ist richtig gut. Ah, stimmt, jetzt kommt die nächste Gang, die Creeps. Die sind, äh, different. Also genau gesagt, sind das absolut abgefuckte Freaks. Wenn er meint, sie sind fast, dann meint er, sie sind fast. Die reichen dein Tritt in deiner Leech aus. In meiner Leech hab ich gemerkt, die anderen konnte ich da treten. Ich hab mir ausgeliehen. Nett. Hast du gerade eben dich gemeint, oder den Gegner? Den? Der ist wie ein Headshot-Reich weiter reingelaufen. Mh, 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 mh. Oh ja, das wird nett. Kannst du mich lesen, da stand Double Tap to Slide. Muss auch das geht? Ja. Wäre mir viel gut. So geht's live. Ja, aber da sind sie scheinbar auch nicht schnellgelegt. Ey. Ja, du schon. Gute Arbeit, junger Mann. Ja, ich hab da drauf. Wie gesagt, ich mag die Pistole, also so schwere Pistolen sind meine Günstler. Genaue Waffen, die halt ordentlich reinhauen, also wurden dann die Geschwindigkeit der Feuerkraft nicht vermisst. Ja, ey, generell, das Gunplay in dem Spiel ist absolut... Ist saumig, genau. Das fühlt sich einfach geil an zu füllen. Möchtest du wohl explodieren? Nee, ich mag nicht. Heute nicht. Geht doch. Alter. Aber kein Würstchen, ne? Ne. Keine Würstchen für die Würstchen. Ich glaub, der haupt dich. Ist mir aufgefallen. Ach, echt? Okay, die einen haben sich selbst gehäutet, die anderen tragen die ihren Köpfe. Ja. Wie gesagt, die sind ein bisschen special. Oh, Sniper. Ah, jetzt kriegst du das Sniper-Rifle. Wie gesagt, das ist meine Lieblings-Rifle in dem Spiel. Ja, die ist ziemlich cool. Ah, ich krieg's grad nicht hin. Ja, ich wollte nicht sagen, du müsst vielleicht ein bisschen Cover nehmen. Nope. Nee? Alter, ich krieg's grad nicht hin. Ich hab's bemerkt. Geht doch. Das ist ein bisschen gründungsbedürftig, aber eine sehr, sehr spaßige Waffe. Wie gesagt, denkbare Kugeln. Ja, Headshot. Hotshot. Sehr schön. Sehr schön machte das. Ah, das war nicht so gut. Ne, das gibt leider nur Plus 10. Easy kill, easy kill. Übrigens hat die Waffe, glaube ich, an den schwersten Skillshots im ganzen Spiel. Es ist nämlich erstaunlich schwer, mit dem Ding den Nutcracker-Skillshot zu kriegen. Um halt so halt in die Hoden zu fließen. Ja. Weil die Leute wegrennen. Genau. Am besten macht man das, indem man... Das ist eine der geilsten Sniper-Rifles in Spiele-Geschichte. Das hängt drin fest. Scheiß Stacheldraht. Ja, gute Kollisionsabfrage. Das ist leider richtig zu meinem Bedauern. Ja. Das Ding ist tatsächlich... Dahinter gelandet. Ja. Und so wie sie sich da drin bewegt hat, war es offensichtlich nicht nur eine Wand, sondern tatsächlich... Das ist halt echt so Liebe zum Detail, teilweise, ja. Auch, wenn man auffällt. Oh. Boah, ich muss halt eben, dass das Spiel leider später dann ein paar Probleme bekommt mit Bugs und so, die halt leider auch nach Release nicht mehr gefixt wurden. EA? Ja. Ja. Ich würde mich nicht so gut machen, als Teil unseres Vertrags. Was ist? Achso. Hehehe. Weißt du, was ich sag'n? Du meinst, wir dürfen nicht schlecht über Spiele... ...über Dings reden, weil die uns erlauben, ihre Spiele zu publischen... Äh, zu publischen. Zu LP'n, ja. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wir dürfen das trotzdem. Wir sind nämlich cool. Hehehe. Ah. Ja, das Ding ist toll. Ja. Das sind wir auch sehr gerne. Ich guck mal grad auf die Zeit. Hm. Ich glaube, wir könnten bald wieder ein Pulschen machen. Ja, dann. Beim nächsten Mal, äh, nächsten Checkpoint. Klingt nach einer Idee. Was machst du denn? Au. Ich mach schon wieder Sachen kaputt. Nein. Auch was näher, Mann. Sehr was zu tun. Übrigens, wenn du, äh, so eine Meere nebeneinander... Ja. Ja. Kann ich auch mehrere durchschießen. Nee, aber wenn du ein anderes Ziel als das, äh... ...unspielig Angepeilte, äh, erwischst damit... ...dickst du den Bluff-Skill-Shot. Äh, nice. Allerdings muss das halt eben, äh, äh, äh... Ja. Annehmbarer näher dazu sein, weil ansonsten, wie gesagt, die Kugel verschwindet. Naja. Trotzdem. Was ist denn mein? Lass dich so rennen, lass dich nicht klappen. Machen die aber dauernd. Ich weiß. Würde ich auch tun. Mhm. Trotzdem. Wie du halt schon gesagt hast, das ist eins der besten Sniper-Refs in Spielgeschichte. Ja. Also einfach echt klasse ist. Absolut. Und der Charge-Shot davon ist halt einfach noch, noch viel besser. Das fühlt sich halt auch einfach geil an, damit zu schießen. Klingt grad so unglaublich, äh, amerikanisch. Also ganz ernst, ehrlich, schießen macht halt schon Spaß. Aber, äh, die Amerikaner haben damit halt echt einen an der Waffe. Ja, ist das. Ja. Oh, scheiß Deckung. Hab mir Essen geschirrt. Kommt vielleicht gleich. Okay. Ich geb's dir dann. So, wenn ich den jetzt umhau... Oh. Ja, da ist halt was im Weg. Nee, die sind da, äh... Also, die ducken sich halt die ganze Zeit in die Deckung. Ja. Das ist halt super ätzend, weil dann jedes Mal die Kugel weg ist, ne? So, tja. Tja. Aber es wäre fast besser für die Dau in dieser Folge, wenn du jetzt stürbst. Ja, da können wir Fäusien machen. Faule Sau. Das kann sie nicht wegmachen, weil die ständig hin und her rennen. Das ist halt auch grad eine relativ schlechte Position, muss man dazu sagen. Wo soll ich denn hin? Das ist halt das Problem. Ich komme nicht besser ran. Spare mir jetzt mal das energische... Doch, doch, doch. Wo denn? Ich finde, da stehst du eigentlich ganz gut. Ist halt eben nur... Ja, da sind die halt auch die ganze Zeit... Ja, da sind die halt auch die ganze Zeit. Das ist halt genau das Problem. Das ist ja genau das, was ich meine. Wie gesagt, du kommst halt eben noch eher an, dass irgendein Setzer so waren, weißt du? Ja, gut, aber da sind gerade halt auch die ganze Zeit direkt... Da musst du mal gucken, ob du vielleicht irgendwie noch einen besseren Winkel auf den kriegst halt. Ja, musst du mal gucken. Wenn der so weit ist. Das Problem ist halt, dass die sich bewegen und dann weg sind. Ja. Das ist halt das Problem. Jetzt steht er da. Guck mal. Das ist super. Da ist er. Bup. Unbehaupt nicht, aber wir haben es tatsächlich geschafft. Ja. Drei Schuss... äh, sieben Schuss habe ich noch. Ach, das reicht. Das hätte ich auch gar nicht gerade machen können. Hast du doch gerade eben... Hättest du gerade eben schon machen können. Als der eine noch gelebt hat. Echt? Ja. Wo war denn? Äh, ich lasse das mal weiter nach wie vor unkommentiert, ne? Ich glaube, besser ist das. Du bist dein Freund. Ich weiß. Ich hause dich. Mi, 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 mi. Ja, ein bisschen. Oder mu, mu, mu. Ich bin voll sauber. Oh. Das ist gerade ein bisschen genervt, dass die halt die ganze Zeit da hinter sind. Du willst also heute eine Folge mit Überlänge machen, ja? Ich muss wohl. Ich, das ist gerade richtig. Ja, war gerade wieder Checkpoint-Dings? Ich gehe mal davon aus, dass das wahrscheinlich einer war. Also ich habe halt keinen Nadelings gesehen. Ja. Wenn nicht, dann spielen wir halt einfach das nächste Mal wieder bis hierhin. Bis zu dem Ding quasi. Ich mache das weiter. Ich will nicht wieder die Sniper machen müssen. Dann mache ich die das nächste Mal. Nett. Außer dem Ding dran. Skillshot-Punkte werden unabhängig vom anderen Game-Progress gespeichert. Ja, ich weiß. Global sozusagen. Außerdem glaube ich auch, dass das Spiel manchmal speichert und es nicht anzeigt. Kann mir doch sagen. Ja, dann machen wir beim nächsten Mal. Genau. Und wenn nicht, wie gesagt, spiele ich dann einfach. Bis demnächst, Leute. Bye, bye. Ciao.